Weiter geht's. Da sind wir wieder kostenlos und hoffentlich klappen alle vier. Holz, das können wir auch abgeben und dann besorgen wir noch Holz. Ganz einfach, da muss Holz besorgt werden. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Geht auch einigermaßen schnell, denke ich. Da noch ein bisschen, da wieder. Dann nehmen wir auch mal mit, wobei sie da gerne mal orange Eier rausnehmen. Die können gleich weg. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir das, das. Da hat noch jemand 5. Und dann lassen wir hier noch mal schnell ernten und gehen noch mal in den Handel. Okay. Noch vier. Ja, gut. Vier sollte einigermaßen schnell gehen. Da sind die ersten zwei. Und was haben wir da noch? Mal schnell hier. Überall noch einmal durch. Upsi. Den haben wir nicht getroffen. Das zählt nicht. Das sind hier vier und fünf. Und damit haben wir die übrigen vier. Und fertig. Nächster Handel. Na komm. Ähm. OMG. No way. Haha. Warum denn bei dem schon? Ach Mensch. Ich bin da nicht drauf vorbereitet. Was haben wir eigentlich für ein Rennen? Ähm. Es ist kein Rennen bei mir eingeblendet. Eigentlich sollte ein Rennen starten. Ähm. Es kommt doch nicht, wenn ich jetzt noch mal wechsle, oder? Jetzt noch mal zurückgehe. Ähm. Eigentlich sollte ein Rennen starten. Ich hatte das schon mal. Da hat es mir das Rennen nicht angezeigt. Und dann habe ich es am nächsten Morgen angezeigt bekommen. Oder am nächsten Nachmittag besser gesagt. Und da konnte ich dann nicht mehr teilnehmen, weil da war es dann schon gelaufen. Äh. Aber da kann ich nichts machen. Die Bäume haben wir alle erst hergegeben. Da bin ich noch nicht so weit. Nein. Nein. Ich kann nicht mehr die dritte Kiste holen. Ja. Es tut mir echt leid, aber es geht nicht. Also. Ne. Es ist leider nicht machbar. Ich kann es nicht mal nachproduzieren, dass ich sage, ich schaffe es jetzt irgendwie bis morgen noch auf die Schnelle. Mhm. Wir müssen jetzt wirklich mit zwei mickrigen Kisten da rein. Ach Mann. Das ärgert mich jetzt. Weil den letzten Durchgang hätten wir mit Sicherheit machen können. Es gibt eigentlich immer nur einen schwierigen Durchgang bei diesen Kisten. Oder bei den Handeln. Und äh. Bei den Handeln. Na ist mir egal. Äh. Ja. Und das war halt jetzt dummerweise schon bei der Kiste. Sehr, sehr ärgerlich. Weil. Ja. Hier werden wir jetzt sehr wenig zu tun haben. Ach Mensch. Aber wenigstens fünfmal Teppich. Dafür hat es gereicht. Ich habe übrigens tatsächlich heute Vormittag mal, ähm, hier oben die Sachen alle freigeschaltet. Da habe ich mir die 100 kostenlosen Geister dann genommen und genutzt. Das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich meine, jetzt brauche ich heute Abend offensichtlich nicht so viele. Wäre es vielleicht auch nicht so wichtig gewesen, aber egal. Hier können wir nochmal ein Fünfermerch machen. In der Glasgegen. Das ist auf jeden Fall gut. So. Ach Mann. Geh doch mal aus dem Weggeist. Wie soll ich denn das antippen, wenn du da im Weg stehst? Da nochmal. Hier noch zweimal. Okay. Haben wir das auch alles durch. Dann haben wir hier Blumen noch fünfmal. Können wir die auch fertig machen. Nochmal. Und dann um die Fiolen kümmern. Ah, da waren noch welche hinten in der Ecke. Okay. Alles nicht ganz so dramatisch. Die hier rüber. Das zählt hier runter. Die müssen wir auch noch schnell abschließen. Okay. Kann man hier drüber stellen. Das noch hier hin. Das da hin. Das mit hier runter. Die zwei einfach da drüber. Ja. Und dann stecken wir ein bisschen fest. Leider. Leider, leider. Also ich hätte wirklich gerne noch was gemacht wegen dieser Kisten. Aber es dauert unfassbar lange, da irgendwas zu machen. In dem Bereich hier könnte ich zwar noch was machen. Da könnte ich noch ein bisschen was herstellen. Man sieht es ja hier. Aber erstens habe ich Angst, dass es das Rennen betrifft, das noch aussteht mit den Prismablumen. Und zum anderen reicht es nicht. Es reicht auf gar keinen Fall für 14 Gegenstände. Und 14 von den Drachenfruchtbäumen macht man halt auch nicht mal ebenso. Also da sind wir hier, wenn wir hier schauen, ältester Obstbaum, das ist Stufe 8. Ja, davon macht man nicht mal eben 14 Stück. Also leider sehe ich da echt keine Möglichkeit. Wir müssen einfach auf morgen hoffen. Ich hatte mir extra, die Griebenbäume sind vorbereitet. Ich habe noch ein paar von den Büchen hier gemacht. Zumindest ein paar, also nicht ganz so viele, aber ein paar wenigstens. Da habe ich jetzt die vier hier und da oben noch die drei gebabbelten. Also wenigstens mal sieben. Aber ja. War umsonst. Hat nicht gereicht. Ja, dann ist es so. Also es tut mir schrecklich leid. Sollte das Rennen noch kommen bei mir, dann nehme ich das vielleicht noch auf. Und wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ja, das war es schon. Eine ganz kurze Runde heute. Bye, bye.